Das Rabennest Zwei Knaben, jung und heiter, die tragen eine Leiter. Im Nest die jungen Raben, die werden wir gleich haben. Da fällt die Leiter um im Nu. Die Raben sehen munter zu. Sie schreien im Vereine. Man sieht nur noch die Beine. Der Jäger kommt an diesen Ort und spricht zu seinem Hund. Apport! Den Knaben apportiert der Hund. Der Jäger hat die Pfeif im Mund. Nun hole auch den anderen her! Der Schlingel aber will nicht mehr. Der Jäger muss sich selbst bemühen. Den Knaben aus dem Sumpf zu ziehen. Zur Hälfte sind die Knaben so schwarz, als wie die Raben. Der Hund und auch der Jägersmann, die haben schwarze Stiefel an. Die Raben in dem Rabennest sind aber kreuzfidel gewesen. Auch dieafräten wissen, dass er ein Träger ist. �